Was ist das Problem für mich? Für mich war das Problem, dass ich mal in einer Insel gewesen bin, in der ich nicht gewohnt bin. Für mich ist immer wichtig, dass ich Impulse von vorne komme. Ich glaube, wenn man einen Menschen im Wald stellt, kommt nicht viel weiter als ein Tier. Es geht als eine Urtentwicklung über den anderen. Und das ist das, was mir gefehlt hat, dass ich eine gute Ausstellung anschaue, die ich inspiriert habe bekommen. Dass ich mit einem Kollegen über die Arbeit diskutiere, scheine Überlegungen in den Minuten nehmen und so ein Amt gegenseitig weiterbringe. Das war mir nicht gefehlt. Also, Wunsch. Ich hoffe, dass es so kommt. Ich bin ein bisschen skeptisch. Aber die Chance wird, glaube ich, da, dass man über die ganze Geschichte nachreflektiert und da eine gute Schliess zieht. Und die zusammen mit dem Güte, das vor der Pandemie war, dass man das sparen. Und so sollte ich weitergehen.